»Hey, was soll das?« Hendrik klang angespannt. Lena versuchte, sich loszureißen und ihn von sich zu drücken, doch er hielt sie einfach fester an den Schultern. »Sag mal, ist dir eigentlich klar, wie viele Verkehrsregeln du in der letzten halben Stunde gebrochen hast?«, fragte er und funkelte sie an. »Was wolltest du überhaupt da draußen? Stalkst du mich etwa?« Er klang vorwurfsvoll. »Hatte er wirklich den Schneid, ihr hier den schwarzen Peter zuschieben zu wollen?« Diese Tatsache ließ Lena ihre Stimme wieder.